Der Herr der Ringe von J. R. R. Tolkien Band 3 Die Wiederkehr des Königs Erstes Kapitel Minas Tirith Pippin lugte unter Gandalfs Mantel vor. Er wusste nicht, ob er wach war oder schlief, und noch immer in dem Traum dahinflog, der ihn umfangen hatte, als ihr großer Ritt begann. Die nächtliche Welt brauste vorüber, und der Wind pfiff ihm um die Ohren. Er konnte nichts sehen als die kreisenden Sterne hoch oben und zur Rechten, gewaltige gegen den Himmel aufragende Schatten, wo sich die Berge des Südens dahin zogen. Schläfrig versuchte er, die Stunden und Stationen ihres Ritts nachzuzählen, aber auf sein Gedächtnis, das noch döste, war kein Verlass. Zuerst waren sie in rasendem Tempo ohne Halt die Nacht durchgeritten, und dem Morgengrauen hatte er einen blassen Goldschimmer gesehen, und sie waren in die stille Stadt und das große, leere Haus auf dem Hügel gekommen, und kaum waren sie unter seinem Dach, da fuhr der geflügelte Schatten wieder über sie hinweg, und die Menschen vergingen vor Angst. Ihn aber hatte Gandalf beschwichtigt, und er hatte sich in einem Winkel schlafen gelegt, müde, aber unruhig, hatte hin und wieder etwas von dem Kommen und Gehen bemerkt, von den Menschen, die mit Gandalf redeten und denen er Anweisungen gab, und dann wieder reiten, reiten durch die Nacht. Dies war die zweite, nein, die dritte Nacht, seit er in den Stein geblickt hatte, und bei dieser abscheulichen Erinnerung wurde er vollends wach. Ihn schauderte, und das Brausen des Windes erfüllte sich mit drohenden Stimmen. Ein Licht brannte am Himmel, eine gelbe Flamme hinter dunklen Schranken. Pippin zog wieder den Kopf ein, und für einen Moment fragte er sich ängstlich, in was für ein schreckliches Land Gandalf ihn bringe. Er rieb sich die Augen und sah, dass es der Mond war, der nun fast voll über die Schatten im Osten aufstieg. Es war also noch nicht spät in der Nacht, und sie würden noch stundenlang so weiter reiten. Er rührte sich. Wo sind wir, Gandalf? fragte er. Im Königreich Gondor, antwortete der Zauberer. Das Land, durch das wir jetzt reiten, heißt Anorien. Pippin wurde wieder schläfrig und passte kaum auf, als Gandalf ihm erzählte, was in Gondor für Bräuche herrschten und wie die Stadthalter auf vorspringenden Gipfeln an beiden Rändern der langen Bergkette Leuchttürme hatten bauen lassen, an denen ständig Posten unterhalten wurden und frische Pferde für ihre Meldereiter nach Rohan im Norden oder Belfalas im Süden bereitstanden. Pippin erwachte beim Klang von Stimmen. Wieder waren ein Tag und eine Nacht verstrichen, der Tag im Versteck und die Nacht zu Pferde. Wieder dämmerte ein kalter Morgen herauf, und im Zwielicht umlagerte sie kühler, grauer Nebel. Schattenfell dampfte vor Schweiß, hielt aber den Hals stolz erhoben und zeigte kein Anzeichen von Erschöpfung. Viele große Menschen in dicken Mänteln standen bei ihnen und dahinter sah man im Nebel eine Mauer. Zum Teil schien sie verfallen zu sein, doch obwohl es noch nicht Tag war, war schon der Lärm eiliger Ausbesserungsarbeiten zu hören. Pochende Hämmer, schnarrende Maurerkellen, knarrende Räder. Fackeln und Laternen leuchteten hier und da stumpf durch den Nebel. Gandalf sprach mit den Männern, die ihnen den Weg versperrten, und als Pippin zuhörte, merkte er, dass von ihm die Rede war. Dich kennen wir freilich, Mithrandir, sagte der Anführer der Männer, und du kennst die Losungsworte der sieben Tore und darfst daher eintreten, aber deinen Begleiter kennen wir nicht. Was ist das für einer? Ich werde vor Denetors Stuhl für ihn bürgen, sagte Gandalf. Und was die Kriegstüchtigkeit angeht, so ist sie nicht am Wuchs zu ermessen. Sein Name ist Peregrin, und er ist ein sehr tapferer Mann. Mann, sagte Ingolz zweifelnd, und die anderen lachten. Jawohl, ein Mann, rief Pippin, nun vollends wach geworden. Aber kein Mensch, ich bin ein Hobbit und ebenso wenig tapfer, wie ich ein Mensch bin, also vielleicht dann und wann im Notfall. Lasst euch von Gandalf nichts weismachen. Mancher, der Hildentaten vollbracht hat, könnte nicht mehr sagen, sagte Ingolz. Was aber ist ein Hobbit? Ein Halbling, antwortete Gandalf. Nein, nicht derjenige, von dem die Rede war. Der nicht, doch einer aus seinem Volk. Ja, und der mit ihm auf Fahrt gegangen ist, und Boromir aus eurer Stadt war auch bei uns und hat mich aus dem Schnee im Norden gerettet. Und zuletzt ist er gefallen, als er mich gegen viele Feinde verteidigte. Still! Diese traurige Nachricht hätte zuerst der Vater erfahren sollen. Es ahnte uns schon, sagte Ingolz, denn seltsame Zeichen wurden hier vor kurzem erkannt. Mögest du Denetor in seiner Not guten Rat bringen und uns allen mit Randir, rief Ingolz. Doch wieder kommst du mit Nachricht von Leid und Gefahr, wie man dir nachsagt, dass es deine Art sei. Weil ich selten komme, wenn meine Hilfe nicht nötig ist, antwortete Gandalf. Und was den guten Rat angeht, so würde ich dir sagen, dass es allzu spät ist, die Mauer um den Pelennor auszubessern. Gandalf ritt nun in den breiten Landstreifen hinter der Ramas Echor hinein. So nannten die Menschen von Gondor die äußere Mauer, die sie mit viel Mühe erbaut hatten, nachdem auf Ithilien der Schatten ihres Feindes gefallen war. Über zehn Wegstunden lang, vom Fuß des Gebirges ausgehend und wieder zum Gebirge zurückkehrend, umschloss sie die Felder des Pelennor, das schöne, fruchtbare Stadtland, auf den langen, zum Anduin hin abfallenden Hängen und Terrassen. An der entferntesten Stelle im Nordosten, wo die Mauer vier Wegstunden vor dem großen Stadttor stand, blickte sie von einer steilen Böschung auf die langen, flachen Uferstreifen am Fluss hinab. Das Stadtland war fruchtbar mit weiten bestellten Flächen und vielen Obstgärten, dazwischen Gehüfte mit Darn und Speichern, Pferchen und Stellen. Und viele kleine Bäche rieselten durchs Gras, die vom Hochland zum Anduin hinabflossen. Als Gandalf ein Stück weit geritten war, wurde der Himmel allmählich hell. Pippin richtete sich auf und schaute sich um. Links lag ein Nebelmeer, das nach Osten hin zu einem dämmerigen Gewölk anstieg. Rechts erhob sich eine Bergkette mit hohen Gipfeln, die von Westen her kam und hier jäh und steil abbrach. So ritten Gandalf und Peregrin bei Sonnenaufgang zum großen Tor der Hauptstadt von Gondor und die eisernen Torflügel schwangen vor ihnen zurück. »Mithrandir«, riefen die Menschen, »nun wissen wir, der Sturm naht wahrhaftig.« »Er ist schon da«, sagte Gandalf. »Auf seinen Flügeln bin ich geritten.« »Lasst mich durch. Ich muss zu eurem Fürsten Denethor, solange er noch Stadthalter ist. Wer auch kommen mag, mit Gondor, wie ihr es kennt, geht es zu Ende. Lasst mich durch.« Vor seiner gebieterischen Stimme wiechen die Menschen zurück und sie befragten ihn nicht weiter. Doch mit Erstaunen betrachteten sie den Hobbit, der vor ihm saß, und das Pferd, das sie beide trug. Schattenfell aber schritt stolz die lange, hin und her kreuzende Straße hinauf, denn Minas Tirith, so wie es die alten Baumeister angelegt hatten, stand auf sieben in den Berghang hineingegrabenen Stufen, deren jede von einer Mauer umfasst war. Jede Mauer hatte ein Tor. Die Tore aber standen nicht in einer Reihe. Das große Tor in der äußeren Stadtmauer war an der Ostseite des Rings, das nächste aber ging halb nach Süden, das dritte halb nach Norden und so weiter, hin und her, sodass die gepflasterte Straße, die zur Zitadelle hinaufführte, im Zickzack über den Berghang verlief. Und über dem großen Tor tauchte sie jedes Mal in einen gewölbten Tunnel ein, der einen mächtigen Felspfeiler durchstieß, dessen steile, nach außen vorspringende Wand alle Mauerringe mit Ausnahme des ersten in zwei Hälften zerteilte. Eine starke Festung war dies, die kein feindliches Heer einnehmen konnte, solange noch waffenfähige Männer darin waren. Es sei denn, ein Feind wäre von hinten gekommen und über die unteren Hänge des Mindoluin zu der schmalen Bergschulter hinaufgestiegen, die den Wachturmfelsen mit dem Bergmassiv verbannt. Aber selbst diese Schulter, die bis zur Höhe der fünften Mauer hinaufreichte, war bis zu der Steilwand, die ihr westliches Ende überragte, mit starken Wellen eingefasst. Und dort, in dem ewig stillen Raum zwischen dem Turm und dem Berg, standen die Häuser und Grabgewölbe der vornehmen Toten, der früheren Könige und Gebieter der Stadt. Mit wachsender Bewunderung betrachtete Pippin die großen steinernen Bauten. Die Stadt war gewaltiger und prächtiger, als er es sich je hatte träumen lassen. Größer und stärker als Isengard und bei weitem schöner. Doch in Wahrheit verfiel sie von Jahr zu Jahr und schon fehlte ihr die Hälfte der Bewohner, die sie gut hätte unterbringen können. Endlich kamen sie aus dem dunklen Gang ans siebente Tor und die warme Sonne, die auch jenseits des Flusses schien, wo Frodo über die Lichtungen von Ithilien ging, beglänzte hier die glatten Mauern, die festgegründeten Säulen und den hohen Torbogen, in dessen Schlussstein das Ebenbild eines gekrönten Hauptes eingemeißelt war. Gandalf und Pippin saßen ab, denn kein Pferd durfte die Zitadelle betreten und auf ein leises Wort seines Reiters hin duldete Schattenfell, dass man ihn wegführte. Die Nachricht, dass sie kämen, schien ihnen vorausgeeilt zu sein, denn sie wurden sogleich eingelassen, wortlos und ohne Befragung. Rasch schritt Gandalf voran über den weiß gepflasterten Hof. Ein Springbrunnen plätscherte lieblich in der Morgensonne, von sattgrünem Rasen umgeben, doch in der Mitte, über das Becken gebeugt, stand ein verdorrter Baum und die herabrieselnden Tropfen sanken traurig von seinen kahlen, abgebrochenen Zweigen wieder ins klare Wasser zurück. Pippin betrachtete den Baum, als er hinter Gandalf hereilte. Er sah trübsinnig aus, fand er, und wunderte sich, dass man den abgestorbenen Baum hatte stehen lassen, wo doch alles auf diesem Platz sonst säuberlich gehegt war. Sieben Sterne und sieben Steine und ein weißer Baum. Die Worte, die Gandalf vor sich hingesprochen hatte, kamen ihm wieder in den Sinn, und dann stand er schon an der Tür der großen Halle unter dem schimmernden Turm, und hinter dem Zauberer schritt er an den großen, stummen Türstehern vorüber in den kühlen, hallenden Schatten des steinernen Hauses. Gandalf blieb vor einer hohen Tür von geschliffenem Metall stehen. Hör zu, Herr Pippin, ich hab jetzt keine Zeit, dich über die Geschichte Gondors zu unterrichten. Auch wenn es besser wäre, du hättest etwas darüber gelernt, als du noch in den unländischen Wäldern Vogelnester ausnahmst, statt in die Schule zu gehen. Tu jetzt, was ich dir sage. Wenn man einem Mächtigen die Nachricht vom Tod seines Erben überbringt, wäre es nicht klug, allzu viel von der Ankunft eines Mannes zu reden, der, wenn er kommt, auf die Königswürde Anspruch erheben wird. Die Königswürde? sagte Pippin erstaunt. Ja, und wenn du all die Tage schläfrig und mit verstopften Ohren herumgelaufen bist, dann wache nun auf. Er klopfte an die Tür. Die Tür ging auf, aber niemand war zu sehen, der sie geöffnet hatte. Pippin blickte in einen großen Saal. Er wurde durch niedrige Fenster in den breiten Seitenschiffen erhellt, hinter den Reihen hoher Säulen, welche die Decke trugen. Die Säulenmonolithen von schwarzem Marmor stiegen zu großen Kapitellen auf, in die vielerlei seltsame Tier- und Pflanzengestalten eingemeißelt waren, und weit darüber im Schatten schimmerte das breite Deckengewölbe, stumpfgolden, durchbrochen von verschlungenen Rankenmustern in vielen Farben. Wandbehänge oder Bildteppiche sah man nicht in dem langen feierlichen Saal und auch sonst nichts aus gewebtem Tuch oder aus Holz, doch zwischen den Säulen war eine stumme Gesellschaft großer Standbilder von kaltem Stein versammelt. Am anderen Ende des Saals auf einer um mehrere Stufen erhöhten Empore stand ein Thronsessel, überdacht von einem marmornen Baldachin in der Form eines Kronenhelms, und die Wand dahinter zeigte das eingemeißelte und mit Edelsteinen besetzte Bild eines blühenden Baums. Der Thronsessel aber war leer. Am Fuß der Empore auf der breiten untersten Stufe stand ein steinerner Stuhl, schwarz und ohne Zierrad, und darauf saß ein alter Mann und hielt den Blick in den Schoß gesenkt. In der Hand hielt er einen weißen Stab mit goldenem Knauf. Er sah ihnen nicht entgegen, als sie gemessenen Schritts durch den weiten Saal gingen und drei Schritt vor ihm stehen blieben. Gandalf nahm das Wort. Seid gegrüßt, Herr und Stadthalter von Minas Tirith, Denethor, Ökthelion Sohn, ich bringe Rat und Nachricht in dieser düsteren Stunde. Nun blickte der alte Mann auf. Pippin sah sein stolzes, kantiges Gesicht, die Haut wie Elfenbein und die lange gebogene Nase zwischen den dunklen, tiefgründigen Augen, und es erinnerte ihn weniger an Boromir als an Aragorn. Düster ist die Stunde wahrhaftig, sagte der alte Mann, und zu solchen Zeiten kommst du für gewöhnlich mit Randir. Doch wenn auch alle Vorzeichen auf Gondors nahes Ende hindeuten, kann dies mich nicht düsterer stimmen, als ich es schon bin. Man sagte mir, du bringst einen mit, der meinen Sohn sterben sah. Ist es dieser hier? Er ist es, einer von Zweien, der andere ist bei Theoden in Rohan und kommt vielleicht später. Halblinge sind sie, wie du siehst, doch nicht er ist derjenige, von dem in der Weissagung die Rede war. Dennoch ein Halbling, sagte Denetor grimmig, und ungern höre ich den Namen, seit jener verfluchte Spruch unsere Pläne verwirrte und meinen Sohn zur tollköpfigen Fahrt in den Tod lockte. Mein Boromir, nun fehlst du uns. Faramir hätte statt seiner gehen sollen. Er wäre gegangen. Seid nicht ungerecht in eurem Kummer. Boromir erhob Anspruch auf jene Fahrt und wollte sie keinem anderen überlassen. Er war ein Mann, der seinen Willen durchsetzte und sich nahm, wonach es ihn verlangte. Ich bin weit mit ihm gereist und habe ihn gut kennengelernt. Doch er spricht von seinem Tod. Davon hattet ihr schon Nachricht, ehe wir kamen. Ich habe das hier erhalten, sagte Denetor, legte seinen Stab nieder und nahm den Gegenstand von seinem Schoß auf, den er so lange betrachtet hatte. In jeder Hand hielt er eine Hälfte eines großen, in der Mitte zerspaltenen Horns, das mit Silber eingefasste Horn eines wilden Stiers. Das ist das Horn, Boromir stets bei sich trug, rief Pippin. So ist es, und in meiner Jugend trug ich es, wie jeder älteste Sohn unseres Hauses seit den lang entschwundenen Jahren vor dem Erlöschen des Königshauses, als Martlils Vater Vorondel in den fernen Ebenen von Ron Arafs wilde Rinder jagte. Von fern hörte ich es vor dreizehn Tagen an den Nordmarken blasen und dann hat es der Strom zu mir getragen. Zerbrochen. Es wird nie mehr erschallen. Er hielt inne und ein lastendes Schweigen trat ein. Auch der Stärkste kann einen einzigen Pfeil erliegen, sagte Pippin, und Boromir wurde von vielen durchbohrt. Als ich ihn zuletzt sah, sank er an einen Baum zu Boden und zog sich dann verlor ich die Besehnung und wurde gefangen genommen. Ich habe ihn nicht wieder gesehen und mehr weiß ich nicht. Doch ich halte sein Andenken in Ehren, denn er war sehr tapfer. Er ist gestorben, weil er uns zu retten versuchte, mein fetter Meriadoc und mich, als uns die Söldner des dunklen Herrschers in den Wäldern auflauerten. Dass er vergebens fiel, macht meine Dankesschuld nicht geringer. Ein blasses Lächeln wie ein kalter Sonnenstrahl an einem Winterabend huschte über das Gesicht des alten Mannes. Aber er senkte den Kopf, legte die Scherben des Horns beiseite und streckte die Hand aus. Gib mir deine Waffe, sagte er. Pippin zog sein kleines Schwert und reichte ihm das Heft. Woher kommt dies? fragte Denetor. Viele, viele Jahre liegen darauf. Gewiss ist dies eine Klinge, die in ferner Vergangenheit von unseren Verwandten im Norden geschmiedet wurde. Sie stammt aus den Grabhügeln an den Grenzen unseres Landes. Aber nur Bösewichte hausen jetzt dort und von denen würde ich ungern berichten. Ich sehe seltsame Geschichten um Spinnen euch, murmelte Denetor. Und wieder einmal erweist sich, dass das Äußere eines Menschen oder eines Halblings trügen kann. Ich nehme deinen Dienst an. Leiste mir nun den Eid. Nimm das Heft, sagte Gandalf, und sprich dem Herr nach, wenn du dazu entschlossen bist. Ich bin es, sagte Pippin. Der alte Mann legte sich das Schwert auf den Schoß, Pippin legte die Hand auf das Heft und sprach langsam nach, was Denetor ihm vorsagte. Hier gelobe ich dem reiche Gondor und seinem Herrn und Stadthalter Lehnstreue und Dienstbarkeit im Reden und Schweigen im Tun und Lassen im Kommen und Gehen in der Armut wie im Reichtum im Frieden wie im Kriege im Leben wie im Sterben von dieser Stunde an bis mein Herr mich aus meiner Pflicht entlässt der Tod mich hinrafft oder die Welt endet. So spreche ich Peregrin Paladins Sohn aus dem Auenland der Halblinge. Und dies höre ich Denethor Exelions Sohn Herr von Gondor und Stadthalter des Hohen Königs und weder will ich es vergessen noch versäumen empfangen es zu vergelten Lehnstreue mit Liebe Tapferkeit mit Ehre Eidbruch mit Rache Dann erhielt Pippin sein Schwert zurück und steckte es in die Scheide Und nun ergeht mein erster Befehl an dich Sprich und verschweige nichts Erzähle mir deine Geschichte von Anfang an und entsinne dich so gut du kannst alles dessen was meinen Sohn Boromir angeht Setz dich und fang an Bei diesen Worten schlug er einen kleinen silbernen Gong der neben seinem Fußschemel stand und sogleich kamen Diener herbei Pippin sah nun dass sie in Nischen beiderseits der Tür gestanden hatten wo er und Gandalf sie beim Eintreten nicht bemerkt hatten Bringt Wein und Speisen und Stühle für die Gäste sagte Denetor und eine Stunde lang soll uns niemand stören Diener kamen mit einem Stuhl und einem niedrigen Schemel und einer brachte ein Tablett mit einer silbernen Kanne Bechern und weißen Kuchen Pippin setzte sich doch er konnte den Blick nicht von dem alten Fürsten abwenden Bildete er es sich ein oder traf es zu dass Denetors Augen als er von den Steinen sprach ihn plötzlich angeblitzt hatten Nun erzähle weiter deine Geschichte Lehnsmann forderte Denetor ihn auf halb freundlich halb spöttisch Denn was einer zu berichten hat mit dem mein Sohn so gut Freund war soll mir hoch willkommen sein Gandalf ging hinaus und gleichzeitig kam ein klarer lieblicher Glockenton von einem Turm der Zitadelle Drei silberne Schläge schwebten in der Luft und verhalten die dritte Stunde nach Sonnenaufgang Die Sonne schien nun warm und hell und die Türme und hohen Häuser warfen lange scharf umrissene Schatten nach Westen Hoch in den blauen Himmel streckte der Mindoluin seinen weißen Helm über dem Schneemantel Auf den Straßen kamen und gingen Männer in Waffen Anscheinend war der Glockenschlag das Zeichen für allerlei Wachablösungen gewesen Auch Pippin trat aus dem Zimmer und ging die Treppe hinunter Gleich darauf sah er einen schwarz weiß gekleideten Mann die schmale Straße vom Innern der Zitadelle herunter kommen Pippin fühlte sich verlassen und beschloss den Mann anzusprechen Aber es war gar nicht nötig Der Mann kam auf ihn zu und blieb stehen Bist du Herr Peregrin der Halbling sagte er Man sagt mir du seist eingeschworen in den Dienst des Stadthalters Willkommen Er streckte ihm die Hand hin und Pippin nahm sie Ich heiße Berekond Baranors Sohn Ich bin heute Vormittag nicht im Dienst und man schickt mich dir die Lösungsworte und noch manches mitzuteilen was du ohne Zweifel wissen möchtest und meinerseits würde ich gern vieles von dir erfahren denn niemals noch haben wir in diesem Lande einen Halbling gesehen nur aus Gerüchten kennen wir euer Volk und in allen uns bekannten Erzählungen ist von euch wenig die Rede außerdem bist du ein Freund von Mithrandir wie gut kennst du ihn Nun sagte Pippin von ihm gehört habe ich schon immer soweit ich zurückdenken kann aber das ist nicht sehr lange aber ich kenne ihn wohl so gut wie nur wenige andere ihn kennen Aragorn war glaube ich der einzige von den Kameraden der ihn wirklich kannte Aragorn sagte Berrigond wer ist das ach druckste Pippin das ist einer der mit dabei war ich glaube jetzt ist er in Rohan Berrigond lachte auf einmal kleine Männer leisten große Taten bei Tisch sagt man bei uns aber du hast ebenso gut gefrühstückt wie nun einer in der Zitadelle und mit höherer Auszeichnung dies ist eine Festung und ein Wachtwurm und nun im Kriegszustand komm nun wir laufen ein wenig herum sehen zu wo wir eine Stärkung auftreiben setzen uns zum essen und trinken auf die Festungsmauer und genießen den schönen Morgen die Sonne war höher gestiegen und hatte die Nebel im Tal zerstreut die letzten Schwaden trieben eben als dünne weiße Wölkchen über ihren Köpfen getragen von dem stärker aufkommenden Ostwind der nun an den Fahnen und weißen Standarten der Zitadelle rüttelte und zerrte weit hinten auf dem Talgrund etwa fünf Wegstunden von ihnen sah man nun den großen Strom wie er grau schimmernd von Nordwesten kommend in einer gewaltigen Schleife nach Süden und dann nach Westen bog bis er in einem flimmenden Dunst verschwand wo er dem fünfzig Wegstunden entfernten Meer zustrebte Das ist die Straße zu den Tälern von Tumladen und Lossanach zu den Bergdörfern und dann weiter nach Lebenin sagte Berregond Dort fahren die letzten Wagen auf denen sich die Alten und Kinder eine Zuflucht begeben und die Frauen die sie begleiten müssen Bis Notwendigkeit Boromir war es der den Feind vom westlichen Ufer zurück warf und noch immer halten wir fast die Hälfte von Osgiliath kurze Zeit noch aber nun erwarten wir dort einen neuen Angriff vielleicht den entscheidenden Angriff des kommenden Krieges Wann fragte Pippin gibt es Vermutungen denn letzte Nacht sah ich die Leuchtfeuer und die reitenden Booten und Gandalf sagte das sein Zeichen dass Nun weil nun alles bereit ist sagte Berrigond es ist nur das tiefe Atemholen vor dem Sprung ins Wasser Eine Weile saßen sie stumm da und ließen die Köpfe hängen dann sah Pippin auf die Sonne schien immer noch und immer noch wehten die Fahnen im Winde er schüttelte sich noch ist mir nicht zum verzweifeln Gandalf ist in den Abgrund gestürzt und ist doch wieder gekehrt und nun bei uns wir können stand halten und sei es auf einem Bein oder auf den Knien wohl gesprochen rief Berrigond stand auf und lief hin und her aber du legst den Fingern eine Wunde die viele spüren das könnte sich ändern wenn Faramir zurückkehrt er ist kühn kühner als viele meinen denn heutzutage fällt es den Menschen schwer zu glauben dass ein Hauptmann klug und wie er in den Lehren und Liedern der Schriftrollen bewandert sein kann und doch unerschrocken und von raschem Urteil im Felde solch einer aber ist Faramir weniger stürmisch und waghaltsig als Boromir doch nicht weniger entschlossen so redeten sie bis die Sonne den höchsten Stand erreichte dann läuteten plötzlich die Mittagsglocken und die Zitadelle kam Berregond bring mich erst zurück zu unserem Zimmer sagte Pippin und wenn Gandalf nicht da ist nimm mich mit wohin du willst als Gast Gandalf war nicht in ihrer Unterkunft und hatte auch keine Nachricht geschickt also ging Pippin mit Berregond zu Tisch und wurde mit den Mannen des dritten Wachbataillons bekannt gemacht In der Zitadelle war schon viel über Mithrandias Begleiter und seine lange Unterredung mit dem Stadthalter gemutmaßt worden Gerüchte besagten ein Fürst der Halblinge aus dem Norden sei eingetroffen um Gondor ein treue Bündnis und 5000 Schwerter anzubieten und manche wollten wissen wenn die Reiter von Rohan kämen würden sie jeder einen kampferprobten Halbling hinter sich im Sattel haben kleine aber unerhört rabiate Burschen Obwohl Pippin zum eigenen Bedauern diese Hoffnung entkräften musste konnte er doch den Fürstentitel nicht wieder abstreifen den man ihm einmal zugesprochen hatte und der einem der Boromirs Freund gewesen und von Denethor ehrenvoll empfangen worden war nach Ansicht der Menschen einfach Zustand Schließlich stand Berigond auf Lebe wohl einstweilen sagte er Ich habe nun bis Sonnenuntergang Dienst und alle anderen hier ebenso glaube ich Aber wenn du dich wie du sagst allein fühlst ist dir vielleicht ein munterer Begleiter willkommen der dich durch die Stadt führen kann mein Sohn wird gern mit dir gehen er ging hinaus und bald folgten auch alle anderen es war immer noch schönes Wetter obwohl es allmählich diesig wurde und für einen Märztag selbst so weit im Süden war es heiß Pippin ging durch viele gewundene Gassen abwärts im Vorübergehen zog er neugierige Blicke auf sich wenn sie sich ihm gegenüber sahen grüßten ihn die Menschen nach der Sitte von Gondor mit feierlicher Höflichkeit den Kopf geneigt und die Hände auf der Brust doch hinter sich hörte er mancherlei Rufe wenn diejenigen die vor der Tür standen die anderen aus den Häusern herbeiriefen dass sie kommen sollten um den Halblings Fürsten zu sehen mit Randiers Schließlich kam er durch Arkaden und viele freundliche Steige und Straßen zum untersten und weitesten Stadtkreis Dort fragte er sich durch zur Lampenmacher Straße einer breiten Allee die zum großen Tor hin führte Er fand das alte Gästehaus ein großes Gebäude aus grauem verwittertem Stein mit zwei von der Straße zurücktretenden Seiten Flügeln dazwischen ein schmaler Rasenstreifen und hinter ihm das vielfenstrige Haus mit einem Säulengang über die ganze Frontbreite zu dem ein paar Stufen vom Rasen hinaufführten Knaben spielten zwischen den Säulen die einzigen Kinder die Pippin in Minas Tirith bisher gesehen hatte und er blieb stehen und schaute ihnen zu gleich wurde einer der Jungen auf ihn aufmerksam und kam mit Geschrei über das Gras zur Straße gerannt gefolgt von mehreren anderen er baute sich vor Pippin auf und musterte ihn von Kopf bis Fuß grüß dich sagte der Junge wo kommst du denn her du bist fremd in der Stadt ich war fremd sagte Pippin aber jetzt nennt man mich ein lehnsmann Gondors ach hör auf sagte der Junge dann sind wir auch alle Männer aber wie alt bist du denn und wie heißt du welche Frage soll ich zuerst beantworten sagte Pippin ich werde demnächst 29 also habe ich dir darin einiges voraus 29 sagte der Junge und pfiff durch die Zähne ganz schön alt so alt wie mein Onkel Torlas trotzdem fügte er forsch hinzu ich wette ich könnte dich auf den Kopf stellen oder auf den Rücken legen vielleicht könntest du das wenn ich dich ließe sagte Pippin lachend der Junge reckte stolz den Kopf hoch ich bin Bergil Berregons Sohn und mein Vater ist bei der Wache hab ich mir doch gedacht und du siehst seinem Vater ähnlich ich kenne vor Erleichterung die Hände überm Kopf zusammen und lachte auf dann ist ja alles gut los komm wir wollen zum Tor gehen gehen wir gleich was gibt's denn dort die Hauptleute aus den äußeren lehen werden vor Sonnenaufgang auf der Straße von Süden erwartet komm mit uns und du wirst sie sehen Bergil erwies sich als guter Begleiter für Pippin die beste Gesellschaft seit er sich wenn sie durch die Straßen gingen ohne sich drum zu kümmern wie sie von den Menschen angegafft wurden draußen vor dem Tor stand eine Menschenmenge am Rand der Straße und des großen gepflasterten Platzes in den alle Wege nach Minas Tirith einmündeten vor dem Zug einher schritt ein großes stark knochiges Pferd und auf ihm saß ein Mann mit breiten Schultern und gewaltigem Leibesumfang alt mit einem schwarzen Helm auf dem Kopf in der Hand einen schweren Langspeer hinter ihm marschierte stolz eine staubbedeckte Kolonne wohlgerüsteter Mannen mit großen Streitexten heran und so kamen die nächsten Kolonnen wurden bejubelt und gefeiert und schritten durchs Tor aber das war auch alles keine dreitausend Mann insgesamt mehr würden nicht kommen ihre Rufe und das stampfen der Füße verloren sich in der Stadt die Zuschauer standen noch eine Weile still herum Staub schwebte in der Luft denn der Wind hatte sich gelegt und der Abend war stickig Pippin blickte auf und fand dass der Himmel aschgrau geworden war als hinge über ihnen eine gewaltige Glocke von Staub und Rauch durch die nur ein trübes Licht sickerte hatte ihn befallen und nun wünschte er sich sehnlichst Gandalf wiederzusehen sein Zimmer war dunkel abgesehen von einer kleinen Laterne die auf dem Tisch stand Gandalf war nicht da Pippin wurde immer beklommener zumute er stieg auf die Bank und versuchte aus einem Fenster zu sehen aber es war als blickte er in ein Tintenfass er schloss den Fenster laden stieg wieder hinunter und legte sich zu Bett eine Weile horchte er noch ob Gandalf käme dann fiel er in einen unruhigen Schlaf in der Nacht weckte ihn ein Lichtschein und durch den Vorhang der Schlaf Nische sah er dass Gandalf gekommen war und im Zimmer auf und ab ging auf dem Tisch standen Kerzen und dazwischen lagen Pergament Rollen er hörte wie der Zauberer seufzte und murmelte wann kommt bloß Pharah mir zurück Hallo sagte Pippin und streckte den Kopf aus dem Vorhang ich dachte schon mich hättest du ganz vergessen ich bin froh dass du wieder da bist es war ein langer Tag aber die Nacht wird allzu kurz sein antwortete Gandalf ich bin hierher zurückgekommen weil ich ein bisschen Ruhe haben muss für mich allein du solltest jetzt schlafen wer weiß wann du wieder zu einem Bett kommst bei Sonnenaufgang bring ich dich wieder zum Herrn Denethor nein wenn er dich rufen lässt nicht bei Sonnenaufgang das Dunkel bricht herein morgen geht keine Sonne auf ein 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 Vielen Dank.